Ich hab'n Job für dich. Die Ingenieure, die im Hyperion Reservat arbeiten, leben noch. Das wirst du ändern. Als ich die Gegend erkundet habe, hörte ich, dass sie mit drei Badass-Kreaturen experimentieren. Geh und befreie sie. Ich will Blut sehen für das, was sie meinem Vogel angetan haben. Allein Kaspronen, sind die in den Gebieten und den Korbbergen berührt. Die Ingenieure, die im Fluss mit dem Geist, verabschiedetze, die Kreuz sollen. Die Ingenieure, die es in die Beschreibung von den Kreaturen geliebt. Ich habe den Vorschlägen für den Weg. Ich bin ein Zusatz für den Weg. Du bist in ganz Kraft. Die Kreaturen sollten dir helfen und die Ingenieure zerreißen. Mache es möglich. Die Kreaturen sollten dir helfen und die Ingenieure zerreißen. Die Kreaturen sollten dir helfen und die Ingenieure zerreißen. Die Kreaturen sollten dir helfen und die Ingenieure zerreißen. Die Kreaturen befreit. Sicherheitskräfte werden geschickt. Die Kreaturen sollten dir helfen und die Ingenieure zerreißen. Die Kreaturen sollten dir helfen und die Ingenieure zerreißen. Die Kreaturen sollten dir helfen und die Ingenieure zerreißen. Die Ingenieure zerreißen. Die Ingenieure zerreißen. Ja. 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 Hey, nehmt die Beine in die Hand! Meldet sie! Eine Herausforderung, du kannst. Wieso soll ich so eine Scheibe hier vorlesen? Das ist doch total lächerlich! Sie wissen doch, dass jetzt die alten Tod mutieren! Wie nur Lügen erzählen! Wir beginnen mit der Dorf-Skraut! Ja. Okay, jetzt! Jetzt先 mal nach oben auf die Hand. Ich habe das Gefühl für mich! Ich weiß, was ich es gebeten. Ich gehe euch, Herr Schraut! Ich habe mich gebeten. Ich bin, Herr Schraut. Ich bin und erinnerst uns zu früh! Ich liebe mein Geschütz. Ich liebe meine 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 Geschütz. Das ist erst der Anfang. Jeder Hyperion-Drecksack wird für Bloodwing büßen. Jeder Einzelne.